In diesem Video schauen wir uns an, wie man mit SampleRobot VST-Instrumente samplet und in ein Keyboard oder Stage-Piano lädt. Als Keyboarder kennt man das Problem. Man möchte ein VST-Instrument live auf der Bühne benutzen, aber man möchte kein Notebook mitnehmen, sondern man würde den entsprechenden Sound am liebsten direkt auf das Keyboard laden. Dafür ist SampleRobot ein hervorragendes Tool und seit der Version 6.5 kann SampleRobot nicht nur VST- Instrumente direkt laden, sondern auch offline rendern. Der Vorteil, es ist viel schneller als alle einzelnen Töne in Echtzeit aufzunehmen. Schauen wir uns also an, wie man mit SampleRobot ein VST-Instrument in ein spielbares Sample verwandelt und wie man das auf sein Keyboard lädt. Und als Beispiele habe ich mal ein Nordstage sowie den Yamaha Montage ausgewählt. Los geht's! Ich habe jetzt SampleRobot geöffnet und um jetzt ein neues Projekt zu erstellen, gehe ich erstmal in den Preset Manager. Der befindet sich im Pfeilmenü. Und jetzt suchen wir uns ein passendes Preset aus. Ich möchte nämlich zwei Velocity Layer und möchte im Abstand von dreihalbtönen Samplen. Als MIDI-Out-Device wähle ich VST-Plugin, ebenso für Audio-In-Device. Und jetzt brauchen wir noch das richtige Audio-Format. Und damit haben wir das Projekt angelegt. Als nächstes möchte ich die beiden Velocity Layer korrigieren. Diese möchte ich nämlich auf 100 bzw. 70 setzen. Und weil der Sound, den wir Sample wollen, eine Music-Box ist, also ein eher perkussiverer Sound mit einer längeren Ausklingzeit, wähle ich hier eine Notenlänge von einer Sekunde und einer Release-Time von sechs Sekunden. Anschließend wählen wir das VST-Plugin aus. Dazu gehe ich in das Menü Extras und wähle VST-Host. Da hatte ich schon ein anderes Plugin geladen, das muss ich jetzt erstmal entladen. Dafür klicke ich auf Unload. Anschließend klicke ich auf Browse und wähle jetzt das Plugin aus, das ich samplen möchte. Das wird jetzt geladen. Und nun wählen wir das Preset aus, das wir letztendlich samplen wollen. In dem Fall ist das die Sample-Library Forest Kingdom von Eduardo Tarilonte. Und wir wählen die Music-Box aus. Okay, als nächstes benenne ich noch das Projekt entsprechend und wähle einen passenden Ordner aus. Jetzt klicke ich auf Record und öffne damit den Aufnahmedialog. Wichtig ist jetzt, dass wir Offline-Bouncing aktiviert haben, denn das stellt sicher, dass nicht in Echtzeit aufgenommen wird, was wie schon gesagt deutlich länger dauern würde. Anschließend klicke ich auf Start Recording und Sample-Robot beginnt unser Instrument Ton für Ton abzusamplen. Ich habe das jetzt im Video ein bisschen beschleunigt und wir sehen, wir sind fertig und alle Samples sind erstellt. Das einzige, was jetzt noch nicht stimmt, sind die Note-Out-Marker. Die sind nämlich noch zu früh. Das heißt, unsere Noten würden jetzt momentan noch abgeschnitten werden. Das kann ich aber leicht beheben, indem ich in den Dialog Auto-Node, Auto-Loop-For-All gehe. Auto-Loop brauchen wir nicht, aber Auto-Node, denn das setzt automatisch unsere Note-In und Note-Out-Marker. Dann lege ich noch fest, dass alle Multi-Samples in unserem aktiven Projekt verändert werden sollen, starte den Prozess und schließe das Fenster wieder. Und wir sehen, die Marker passen jetzt. Jetzt muss ich also nur noch unser Sample exportieren. Und da ich das Instrument in den Yamaha Montage laden möchte, wähle ich das Yamaha Montage User Format aus mit der Dateiendung X7U. Die Einstellungen passen, ich klicke also direkt auf OK. Muss jetzt noch einen Dateinamen eingeben, der passt soweit. Und schon wurde das Sample exportiert. Die erzeugte Datei müssen wir jetzt auf einem USB-Stick speichern. Und jetzt gehen wir mal zum Yamaha Montage rüber und ich stecke den USB-Stick entsprechend ein und gehe in das Utility-Menü. Dort klicke ich auf Contents und wähle dort unseren USB-Stick aus. Und wir sehen schon, die Forest Kingdom Music Box wird angezeigt und ich kann sie direkt in den Montage importieren. Um das Preset jetzt zu finden, verwende ich die Suchfunktionen und gebe die ersten paar Buchstaben ein. Und da finden wir auch schon unsere Music Box als spielbares Instrument. Und wir schauen mal, wie es klingt. Als zweites Instrument habe ich mir ein Preset aus Omnisphere von Spectrasonics ausgesucht. Und zwar die LA Synth Guitar. Die suche ich jetzt mal. Wie im Beispiel eben habe ich mir wieder ein Preset Template ausgesucht und daraus ein Projekt gestartet. Allerdings diesmal leider nur mit einem Velocity Layer, da das Nordstage aktuell auch nur einen Velocity Layer bei den User Samples unterstützt. Das Projekt benennen wir jetzt noch entsprechend und legen direkt los mit der Aufnahme. So, und da sind auch schon die fertigen Samples. Auch hier müssen wir wieder dafür sorgen, dass der Note Out Marker an der richtigen Stelle ist. Nämlich erst dann, wenn die Note vollständig ausgeklungen ist. Dazu gehen wir wieder in den Edit Dialog. Wählen hier AutoNode aus. Das aktuelle Multisample reicht hier, denn wir haben nur eins. Und jetzt exportieren wir direkt unser Projekt. Da wir nicht direkt im NordSample Format exportieren können, müssen wir den Umweg über das Wave Format gehen. Hier hält SampleRobot schon Templates für die richtige Benennung der Dateien für uns bereit. Das brauchen wir aber so gar nicht. Deswegen kürzen wir das ein bisschen und behalten nur die Infos im Dateinamen, die wir auch brauchen. Anschließend wählen wir noch den richtigen Ordner aus und klicken auf Exportieren. Jetzt werden wir noch gefragt, ob wir mit unserer Dateibenennung wirklich sicher sind, da eventuell Dateinamenskonflikte entstehen können. Da wir allerdings nur einen Velocity Layer haben, wird das nicht passieren. Ich klicke also auf Yes. Und schon wurden unsere Dateien exportiert. Als nächstes wechsle ich in den NordSample Editor. Diesen brauchen wir nämlich, um unsere Wave Dateien in das NordSample Format zu konvertieren. Die Wave Dateien ziehe ich ganz einfach in den NordSample Editor rein. Wir sehen auch schon, der Editor hat die entsprechenden Tonhöhen schon aus den Dateinamen erkannt. Und was wir jetzt nur noch machen müssen, ist in dem Fall den Namen noch zu ändern und das aktuelle Preset zu speichern und automatisch auf das NordStage zu übertragen. Das funktioniert bei mir über USB. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze im NordStage klingt. Das hört sich schon mal gut an. Die Release Time ist noch zu niedrig, die drehe ich jetzt ein bisschen auf. Das klingt schon viel besser. Jetzt ändere ich die Dynamik noch ein wenig. Etwas Hall noch dazu. Und kann mein Omnisphere Patch jetzt auf dem NordStage spielen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video zeigen, wie man mit SampleRobot ganz einfach aus einem VST-Instrument ein spielbares Sample erzeugen kann und das auf eure Keyboards laden könnt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.